Also für den weiteren Fortgang habe ich jetzt gedacht, weche dem Suppenkoma, dass ich jetzt eher wieder etwas nicht ganz so Abstraktes mache, nämlich als nächster Punkt eher so Perspektiven zu Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung. Team haben wir ja heute Morgen gemacht. Und dann im zweiten Teil des Nachmittags Fragen zu Professionalität, professioneller Kompetenz, professioneller Identität. Weil ich glaube, nicht nur auf dem Feld der Organisationsentwicklung werden wir revolutionäre Anforderungen an uns haben, auch auf dem gesamten Feld der Profession und der Professionalisierung und des Verständnisses von Berufslebenswegen und ähnliche Dinge. Und ich finde auch, ich rede mir da den Mund krumm und fusselig, wie man im Schwäbischen sagt, auch im Coachingverband, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns dieser zentralen Lebensthemen der Gesellschaft annehmen und dass wir nicht einen Verband um ein normierbares, handelbares Produkt herum aufbauen und halt die Sache so lange machen, bis dieses dann nicht mehr geht und dann einen anderen Verband gründen, sondern ich finde, wir sollten ein Verband sein, der sich der zentralen Themen der Gesellschaft annimmt. Und für mich ist eben, dass die Perspektive Coaching Mensch und Berufsleben und Mensch und Organisation, das sind die zentralen Perspektiven und für die wir Expertise haben und für die wir vielfältige Konzepte und Arbeitsformen entwickeln. Und das ist aus meiner Sicht die Coaching-Perspektive. Und wir setzen aber immer an den Problemen an, die zurzeit auch in den Unternehmen wichtig sind, Diversity, Employability, demografische Entwicklung und all diese Dinge und verbringen unsere Expertise dort in die Prozesse ein, mit diesen Themen sowieso umzugehen. Und verlange nicht, dass die sich mit einer Arbeitsform, die wir halt jetzt mal gern machen, beschäftigen und ansonsten überlegen, wie das in ihre Probleme und die Lösung ihrer Probleme passt. Also das ist auch die berufspolitische Haltung, die ich hier die ganze Zeit vertrete, die ich da versuche, ein Stück mehr zu propagieren. Und somit glaube ich auch, dass unsere Berufsstände und auch diese Verbände zukunftsfähig werden und dann auch nicht da wir alle 10, 15 Jahre jetzt die einen in der Versenkung verschwinden und andere auftauchen, entweder mit neuen Namen fürs Alte oder mit neuen Perspektiven. Auch da denke ich, wir brauchen Uminzenierungen, wenn die Perspektiven sich verändern, die Prioritäten sich verändern. Und wir müssen uns nicht über die Ereignisse, die wir zu generieren, in der Lage sind, definieren, sondern eher durch die Expertise und durch die Perspektiven, mit denen wir zur Verfügung stehen können. Und da wäre ich dann eben auch schon bei dem Thema OE und Kulturentwicklung. Wir verwenden den Begriff der Kultur ja schon ziemlich lange, als ich immer schon komisch angeguckt würde, als würde ich mich mit Fragen der musischen Freizeitbeschäftigung von geschundenen Mitarbeitern beschäftigen wollen. Und ich musste dann immer sagen, ich meine nicht die Kultur des Feuillentours, und ich meine die Kultur des Wirtschaftsteils der Zeitung. Jetzt habe ich es leider nicht mit runtergebracht, weil jetzt nämlich gerade das schöne Buch erschienen ist, über Kultur, wo diese Aussage hinten auf dem Kammer zitiert ist. Es ist erstaunlich, wie oft man das Wort Kultur in den letzten Wochen und Monaten hört. Das kriegt richtig Konjunktur. Insofern sind wir auch da ganz prima aufgestellt, dass wir uns damit schon länger beschäftigen. Das Bildchen haben wir ja schon abgehandelt. Das ist die Frage der systemischen Ansätze. Und da habe ich ja schon aufgezeigt, dass das Beiträge waren, die wir eben auch zur Frage der Organisationsentwicklung uns ausgedacht haben. Das brauche ich nicht wiederholen. Ein Schema ist mir mal eingefallen, das ich Phasenmodell der Organisationskrisen nenne, das sich ganz gut bewährt hat und das ich jetzt ein bisschen ausführlicher darstellen möchte. Auch da will ich mal kurz sagen, was der geschichtliche Hintergrund war. Ich war in relativ prominenter Beraterposition in einem deutschen Großunternehmen, die dabei waren, wirklich ein Beratungs- und Supervisions- und Qualifizierungswesen aufzubauen, von dem ich gedacht habe, Mensch, klasse, dass das endlich jemand macht. Auf diese Weise können diese klassischen Organisationsentwickler, Personalentwicklung, Bildungsleute ein modernes Professionalisierungsinstrument aufbauen. Ich habe aber dann festgestellt, dass in dieser Organisation das überhaupt noch nicht umsetzbar war. Die waren einfach noch nicht reif genug, obwohl sie nach meinem Empfinden durchaus auf eine Krise zugelaufen sind. Das haben sie aber selbst nicht so gesehen. Ein paar Jahre später war die Krise da, die Absätze gingen plötzlich rapide in den Kellern. Während vorher so auf den Gängen mal darüber gesprochen wurde, dass man ein mulmiges Gefühl hat, war jetzt überall großes Wehklagen. Das Problem ist, dass dann, wenn diese Phase der Krise erreicht ist, dann alle mit Löschen beschäftigt sind und keiner sich dafür interessiert, wie man am besten ein Feuerwehrhaus bauen und eine Feuerwehrmannschaft und Brandverhütung und Brandvorbeugemaßnahmen treffen kann. Also ich habe da gemerkt, dass das ganz verschieden geht in verschiedenen Phasen. Ich war auch irgendwie nicht der richtige Mensch für diese Phase, habe ich gemerkt. Für die vorige Phase war ich irgendwie zu früh dran. Für diese Phase war ich nicht der richtige Mensch, weil ich das nicht so haben kann als Intensitätsverminderer, wenn dauernd irgendeine Aktion zu Gange ist und ich nicht so richtig erkennen kann, was da eigentlich geschieht. Nach einiger Zeit der enormen Irritation merkte man doch langsam, es kommt ein bisschen Ruhe rein und sie wollen jetzt doch wieder solidere Konzepte adoptieren. Also die Frage, wie kann man ein Feuerwehrhaus bauen, wie kann man eine Feuerwehr ausbilden, wie kann man vorbeugend arbeiten. Und dann kam mehr Ruhe rein und da merkte ich, da passe ich dann besser rein. Das ist eher so meiner Welt. Da baut sich wieder was auf und nach einer Zeit hat es sich dann an allen Fronten beruhigt. Kein Mensch wusste recht warum und irgendwie schien die Krise damit durchschritten zu sein. Das war dann auch eher wieder meiner Welt, die Kontinuität der Kultur zu pflegen. Und für die beiden Phasen davor war ich auch irgendwie nicht der, der da Gehör gefunden hat oder von mir aus nicht dazu gepasst habe. Und das hat mich eben dazu animiert, ein solches Phasenmodell für die Krisen zu machen und auch damit Menschen sich überlegen können, in welchen Phasen sind denn Organisationen, mit denen sie zu tun haben, dass sie nicht zur falschen Zeit das Falsche probieren und dass sie auch für sich klären, für welche Phasen sind sie die richtigen Berater. Wozu passen sie gut, wozu neigen sie. Und das stelle ich euch jetzt vor. Für das Schaubild, das ihr gleich sehen werdet, also dieses da, brauche ich zunächst mal ein bisschen eine Begriffsklärung. Die Idee ist, stabile Entwicklungen von Organisationen zeichnen sich aus durch Gefügtheit, das hatten wir vorher schon, Integration, die Dinge passen ganz gut zusammen, und durch Stimmigkeit der Prozesse. Also die Integrität. Und das wäre jetzt eine Art, wie man Unternehmensgesundheit oder Vitalität, egal wie man das genau nennt, aber irgendwas, wo es gut geht, definieren könnte. Und ich mache gerne solche Gleichungen mit Multiplikation, also Gesundheit ist Integration mal Integrität. Daran kann man erkennen, wenn etwas sehr stimmig ist, aber die Gefügtheit aus dem Lotgerät, dann sinkt das Produkt rapide und umgekehrt genauso. Wenn man sich von daher das anguckt, kann man auch eine Idee darüber gewinnen, liegt es daran, dass wir im Moment die Stimmigkeit verloren gegangen sind, dann müssen wir eher daran arbeiten, oder liegt es im Moment eher daran, dass die Gefügtheit verloren gegangen ist, dann müssen wir daran arbeiten. Brauchen wir uns jetzt im Moment nicht weiter mit zu beschäftigen, aber es ist irgendeine Größe von, auf dieser Y-Achse nachher, hat man mich immer gefragt, was ist das eigentlich für eine Größe, die da ist, und ich weiß es eigentlich bis heute noch nicht. Ich versuche das Ding aber irgendwie zu benennen und nenne es jetzt mal Gesundheit. Und habe eben vier Phasen, auch wieder eher erzählerisch, eher kernprägnant, dieser Entwicklung unterschieden. Und möchte nochmal ganz ausdrücklich für die wissenschaftlich Orientierten sagen, das ist eine Illustration. Es soll also keine mögliche Exaktheit signalisieren, sondern das ist eine Metapher. Ja, und so sieht das Ding dann aus, im Laufe der Zeit. Das kann die Beschreibung für eine sehr kurze Phase sein, zum Beispiel in einem gruppendynamischen Prozess oder in einem persönlichen Prozess. Ich laufe auf eine Krise zu, eine Zeit lang, es läuft für mich auseinander. Und die Integration und Integrität gehen irgendwie mehr und mehr verloren. Ich halte das aber, ich erkenne das nicht als Vorzeichen einer Krise, die vielleicht eine umfassendere Reaktion verlangt, bis irgendwann es so schwierig geworden ist, dass es offensichtlich ist, ich als Person zum Beispiel kriege Schlafstörungen, oder ich merke, ich habe heute ein schönes Beispiel beim Mittagstisch gehört, die Quote von eingereichten Angeboten zu Vertragsabschlüssen sinkt drastisch nach unten. So, jetzt wird offenbar, anhand auch von wirtschaftlich deutlich erkennbaren Zahlen, dass ich in der Desintegration oder in eine absinkende Gesundheit hineinlaufe. Und dann ist das natürlich noch nicht beendet, sondern sinkt weiter ab. Ich bemühe mich dann um Abhilfe. Da wird am Anfang auch sehr viel Kopfloses probiert, bis langsam ein bisschen Ordnung reinkommt. Man meint, viele Preise nicht bezahlen zu müssen, die halt nötig sind, viele Abschreibungen nicht vornehmen zu müssen, ohne die man aber erstmal aus dem Problem nicht rauskommt. Und man meint, es entstehen da die Lementars, hat mir jetzt, glaube ich, gestern jemand erzählt, dass von dem Mitarbeiter verlangt wird, dass er einerseits die Quartalszahlen positiv hält, du warst es, sag mal, und dass er auf der anderen Seite muss er aber eigentlich für eine Zeit lang die Prozesse auseinanderlaufen lassen, weil er alles nochmal neu aufbauen muss. Das ist so wie ein Weinberg, der halt runtergewirtschaftet ist, man hat es lange nicht geglaubt, zu spät gemerkt, jetzt ist es klar, bringt natürlich jemand in die Bredouille, wenn er weiterhin vollen Ertrag abliefern soll und trotzdem Reben rausnehmen und neue reinmachen, um damit Kontinuität zu sichern. Aber in dieser Phase nach und nach waltet immer mehr Vernunft. Die Trauerarbeit über die verlorenen Größenvorstellungen, all so Dinge, wird nach und nach geleistet. Und obwohl man nicht wirklich auf allen Ebenen Lösungen gefunden hat, merkt man irgendwann, es wird doch besser und leichter. Viele Themen sind gar nicht wirklich gelöst, aber sie verschwinden. Was interessant ist, dass wenn Krisen durchlaufen werden, dass eigentlich nicht die Antworten gefunden werden, aber die Dringlichkeit der Fragen lässt nach, weil irgendwas in Ordnung gekommen ist. Aber eine ganze Zeit lang erkennt man noch nicht so richtig, dass man jetzt eigentlich durch ist, obwohl die Vitalität der Organisation, die Gesundheit bereits wieder am steigen ist, bis man dann schließlich in eine Phase kommt, wo das ganz offensichtlich ist, die Geschäfte laufen wieder sehr viel besser. 1 zu 1 war dann die Abschlussquote von eingereichten Angeboten und tatsächlichen Abschlüssen. Also halbe, halbe. Oder man merkt es daran, dass man dann den Mut gefunden hat, frühzeitig wirklich zu entscheiden, welche Aufträge mache ich überhaupt Angebote und bei welchen mache ich keine Angebote. und hat dann festgestellt, man hat sich insofern gefunden, als dass der Stabe, wo man kein Angebot gemacht hat, ziemlich groß geworden ist. Der Organismus hat irgendwie dazugelernt, wirklich zu sich zu stehen und auch nur sich dort zu platzieren, wo er hinpasst und auch Kraft auf die Räder bringen kann. Und dann ist diese Krise durchlaufen. Und in ein solches Schema konnte ich, hier sind nochmal die Beschreibungen, Dinge beginnen auseinanderzutriften, bisherige Vernetzungs, ineinandergreifende Prozesse, aber auch das Gefühl von Identität gehen zunehmend verloren. Auch ein Stück von Loyalitätssicherheit der Mitarbeiter, offene Desintegration, die Probleme kommen in Kennzahlen verschärft, zum Ausdruck. Es wird unübersehbar, dass die Dinge nicht mehr richtig zusammenkommen. Und jetzt ist auch klar, wenn man bisher durch Nachbesserung mit üblichen Lösungsmechanismen versucht hat, die Sache noch in den Griff zu kriegen, merkt man jetzt, dass das nicht mehr funktioniert. Es entsteht auch ein Klima von Verunsicherung und Angst, aber auch der Bereitschaft, auf ganz anderer Ebene nach Lösungen zu suchen. Und die nächste Phase, und das ist auch wichtig, das zu wissen, dass man sich anwarnende Neuintegration auch lange gar nicht erkennt. Also es braucht dann auch Erfahrene, die dann Ruhe in den Prozess reinbringen, die mit Zuversicht sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, lasst uns weitergehen und nicht dauernd die Policy ändern, weil wir die Nerven verlieren. Und wenn man da dann jetzt in einer solchen Phase so einen Konflikt, so einen Troubleshooter-Typ, als Berater drin hat, ich sage das immer in einer Metapher, der pflügt erst den Acker um und da wird neu eingesät und wenn dann nach vier Wochen der Weiß noch nicht oben steht, pflügt er ihn in der Aquäa und probiert es nochmal mit neu einsehen. Und da brauchte man eher jemanden, der sagt, es ist im Werden, zieht nicht an jedem Halm. Wenn man das Richtige getan hat, wächst das, was dann dazukommen soll, auch hinein. So, die offene Integration ist dann, es gibt immer mehr Anzeichen, dass die Dinge jetzt besser werden, der neue Ausrichtungsprozess, der neue Selbstfindungsprozess zu greifen beginnt und viele Probleme schwinden allmählich, wie ich es gerade gesagt habe, ohne dass sie ausdrücklich gelöst worden sind. Nutzen kann man dieses Schema dafür, dass man sich fragt, wenn man mit einer Krisenentwicklung eines Menschen, eines Teams, einer Organisation zu tun hat, dass man sich fragt, in welcher Phase sind die? Und wenn die in der Phase der verdeckten Desintegration sind, hat es nicht arg viel Sinn, zu viel Energie drauf zu verwenden, selbst eine Problem- und Krisenbeschreibung zu machen. Das wird einem nicht gedankt, sondern man wird als Bedenkenträger und Schwarzredner ziemlich schnell in die Ecke gestellt und man muss in einer solchen Phase, wenn man überhaupt in Kontakt mit dieser Organisation bleiben will, abwarten, bis es sich von selbst eröffnet. Und da kann man überlegen, kann man vorbeugend was tun, kann man begleiten was tun, kann man Leute qualifizieren, die dann aber immer wieder anzuheizen, sie sollen noch Missstände aufdecken und Unbehagen laut äußern und so, geht nach meiner Erfahrung nach lange Zeit nicht. Und es ist auch oft so, dass die Ersten, die auf die Krise hinweisen, denen wird der Kopf abgeschlagen und die werden nachher nicht rehabilitiert, wenn auch die anderen merken, dass sie recht hatten. Das ist eine Ungerechtigkeit des Schicksals und weil man weiß, dass das so ist, hält man nicht unnötig frühzeitig den Kopf hin, denn wenn er abgeschlagen ist, kann man mit dem nachher nicht so viel machen. In der Anfangsphase der offenen Desintegration, da gibt es dann Berater, die dann unheimlich gerne einsparen. Das ist auch die Gelegenheit, Heizlehren gut zu verkaufen, weil in dieser Verwirrungsphase und der Unsicherungsphase sind Einkäufer dann oft in der Lage, wirklich jeden Blödsinn einzukaufen, in der Hoffnung, dass damit der weitere Abschwung verhindert werden kann. Also da ist die Verführbarkeit hoch und da kann man auch mit vernünftigen Konzepten und der Bereitschaft, lasst uns erstmal gucken, analysieren, Betroffene, Partner usw., interviewen, lasst uns nicht in großen Lösungsideen denken, sondern erstmal kleinschrittig überhaupt erst eingrenzen, wo sind die Probleme, wem geht es wie dabei, da kann man gegen die nicht anstinken. Sondern da muss man erstmal, und das finde ich, mir fällt es immer schwer, dass dann jetzt die Heilsbringer jetzt erstmal die Millionen verbrennen und wenn das Unternehmen dann langsam zur Vernunft gekommen ist, dass das keine Lösung ist und nicht dann mich rufen, dann fälschen sie mit mir um den Tagessatz. Da bin ich dann ärgerlich geworden. Vorher kam es auf eine Million nicht an und jetzt kommt es auf auf zwei oder drei Hunderter am Tagessatz plötzlich an. Ja, da muss man halt eine Haltung zu finden. Man muss auch eine Haltung dazu finden, dass sowohl die Auftraggeber als auch die Dienstleistungsanbieter in einer Kopflosigkeit, im ersten Teil dieser offenen Desintegrationsphase, dann auch wirklich die Vitalität der Organisation noch nachhaltig weiter schädigen, weil sie einfach nicht anerkennen wollen, dass man jetzt Ruhe bewahren muss und ganz vorsichtig die Kräfte sammeln muss. Gegen Ende dieser Phase ist dann eher eine Bereitschaft da, im Kleinen aufzubauen. Dann denkt man nicht mal an den großen Turnaround, sondern besinnt sich darauf, dass kontinuierliche Verbesserungsprozesse eigentlich geeigneter sind, Organisationen aufzubauen. und dass es eben meist an vielen kleinen Desintegrationen liegt, dass die Sache nach und nach aus dem Ruder gelaufen ist. Dass es nur lange kaschiert, kompensiert durch konjunkturell positive Flüsse verdeckt worden ist, dass die Sachen zunehmend aus dem Ruder laufen oder man hat es sich leisten können. Und dann fängt man viel klein an und kann aber zwischenrein den Mut verlieren, dass tugendhaftes, ordentliches Aufbauarbeit, dass das wirklich die große Krise bereinigt. Und dann braucht man relativ lang, bis man merkt, dass es tatsächlich greift und trägt, bis wir dann in der Phase der offenen Integration sind. Ich möchte vielleicht bei der Gelegenheit auch noch eine kleine Metapher sagen. Ich habe mich ja immer gefragt, haben wir eigentlich vernünftige Beschreibungen dieser Desintegration von Großorganisationen, woran das eigentlich liegt. Und ich bin jetzt zu einem, und wir suchen immer, auch da suchen wir immer nach sozusagen dem großen Fehler, den wir noch nicht erkannt haben, dass es aus dem Ruder läuft. Und ich bin zum Schluss gekommen, das ist wieder diese Sherlock Holmes-Falle. Es gibt meist nicht die großen Fehler, es liegt einfach an der Vernachlässigung an ganz vielen alltäglichen Tugenden. Und ich arbeite ja in Heidelberg, und die Heidelberger Druckmaschinen sind für mich so eine klassische Old Economy Firma, und deswegen kann man das ganz schön als Metapher verwenden. So eine Druckstraße besteht aus x Zahnrädern und Dingen, die technisch ineinander greifen. Und am Ende ist das Druckergebnis so gut wie die Summe oder die Multiplikation dieser unendlich vielen Prozesse. Und wenn das so langsam, so ein bisschen Toleranzen entstehen, ein bisschen aus dem Ruder läuft, nicht gleich wirklich im Einzelnen repariert wird, dann ist das im Einzelnen nicht so ein Problem, weil das nicht voll durchschlägt. Wenn das aber an ganz vielen Elementen sich mehrt und sich niemand darum kümmert, dass die Maschine auf das Gesamtniveau zurückkommt, auch wenn noch keine Krise da ist, dann addieren und multiplizieren sich diese Unwuchten, die am Ende erst mal am problematischen Druckergebnis zu erkennen sind. Und dann versucht man irgendwie die eine Lösung, die das Druckergebnis wieder besser macht, aber es gibt nicht die eine Stelle, die falsch läuft, dass das lösbar ist. Und man erkennt lange nicht, wie viel sorgfältige Arbeit im Kleinen eigentlich gemacht werden muss, dass die eine Lösung auch wieder, dass es sich wieder addiert zu einer besseren Wirkung. Und erst wenn das Druckergebnis dann so schlecht ist, dass die millionenteure Maschine einfach nicht leistet, was sie leisten soll, dann versucht man nach dem Zeitenergie für Genialitäten verbraucht ist, zu sagen, und jetzt gehen wir die ganze Maschine mal durch und überall verbessern wir jedes Detail, von dem wir merken, dass es nicht mehr voll arbeitet. Und wenn wir das nach und nach tun, wird auch nicht gleich das Druckergebnis besser. Aber nach einer Zeit dann plötzlich multipliziert und addiert sich sozusagen die Kette der Sorgfältigkeiten am Ende dann doch wieder zu einem guten Druckergebnis. Also das so als Metapher. Und die Berater gefallen sich manchmal gern in ihren Genialitäten. Und ich glaube, die größte Genialität ist sorgfältige Arbeit im Alltag. Und das würde ich auch gern den Verantwortlichen in den Organisationen ins Stammbuch schreiben, weil da dort auch manche glauben, mit Genialitäten die Probleme lösen zu können, die einfach nur durch solides, sorgfältiges Arbeiten in vielen Dimensionen herstellbar ist. Vielleicht gilt das nicht für alle Branchen. Ich will jetzt auch daraus keinen allgemeinen Glaubenssatz machen. Aber ich glaube, für sehr viele Bereiche gilt diese sehr unspektakuläre Betrachtung von Desintegration von Organisationen und was getan werden muss und wie lange es dauert an sorgfältiger Kleinarbeit und wen man alles mitnehmen muss. Wenn da ein einzelner Genialberater reinschneit, der das jetzt rumreißen soll, das ist keine Lösung. Ja, und damit sind wir eigentlich auch bei einem Verständnis, dass eine Organisation so gut sein kann, wie seine Kultur. Und zunächst eine ganz lapidare Definition, die mir mal plötzlich eingefallen ist. Kultur bringt die besseren Seiten der Menschen in den Vordergrund und vernetzt sie. Ich kann es daran beschreiben, dass zum Beispiel die Lernkultur, die wir am Institut haben, in kürzester Zeit die Leute, die da kommen, einlädt, eigentlich die bessere Seite ihres Menschseins nach vorne zu kehren und ihre inkompetenten oder auch nicht immer so super positiv motivierten Seiten zunehmend in den Hintergrund zu bringen. und dass sie merken, sie kriegen damit Resonanz und locken das beieinander vor und dann addiert sich und multipliziert sich da eine positive Kultur. Manchmal ist das auch gefährdet. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, das möchte ich jetzt nicht einen Berufsstand verunglimpfen, aber es ist eine konkrete Erfahrung. Personalleiter, insbesondere von einer Organisation, dürfen wir nicht mehr als drei in eine Gruppe aufnehmen. Wenn das drei sind, dann ist die von uns initiierte Gruppenkultur stark genug, dass die nach einer Weile ihre Krawatte ausziehen, vergessen, dass sie eigentlich andere bewerten wollen und finden eigentlich ganz interessant, dass sie endlich auch mal was lernen und sie fügen sich ein. Wenn es mehr als drei sind, kann es sein, dass sie den Aufbau dieser anderen Kultur so sehr stören im Aufrechterhalten ihrer anderen Seiten, die sie auch haben, dass sie ein echtes Problem in der Gruppe haben und das achten wir heute auch wirklich drauf. Also da ist die Magie der Kultur, die wir entwachen können, dem Einfluss einer Professionskultur, insbesondere wenn die wohl abgestimmt ist, weil die aus einer Unternehmenskultur sind, dann manchmal nicht gewachsen. Damit ist eben auch gesagt, Kultur braucht Pflege und zwar eben, Kultur braucht tägliche Pflege und nicht Troubleshooting allein. Kann es auch mal brauchen, aber das Entscheidende an der Kulturpflege ist die unspektakuläre tägliche Pflege, insbesondere wenn man neue Kulturelemente aufbauen möchte in der Initialphase. Jetzt ein bisschen eine elaboriertere Definition von Organisationskultur. Es meint gelebte Antworten auf Fragen der Leistungserbringung und der Lebensqualität der beteiligten Menschen und zwar in formellen und informellen Bereichen des Zusammenwirkens. Das wird unter diesem dann schon sehr diffusen Sammelbegriff Kultur erst mal zusammengefasst. Was dann im Einzelnen die Perspektiven von Kultur sind, die kann man dann auch wieder spezifizieren, also zum Beispiel Arbeitskultur, Kommunikationskultur, Führungskultur, Loyalitätskultur, all diese Sachen. Aber immer ist damit gemeint, wie werden auf die wesentlichen Fragen der Leistungserbringung und der Lebensqualität der beteiligten Menschen konkret die Antworten gegeben. Und wenn man sich mit Kultur beschäftigt, da geht es manchmal um eine wissenschaftliche Diskussion, die einen sagen, da gibt es keine Kultur, da muss man eine aufbauen, die anderen sagen, es gibt immer eine Kultur, die mag einem gefallen oder nicht. Also es wird manchmal mehr beschreibend verwendet und manchmal mehr normativ. Also wenn ich von Organisationskultur spreche, meine ich schon immer das eher normativ. Nämlich eine der Leistungen und dem Wohl der Menschen förderliche Art, die Antworten zu geben, wobei natürlich dann immer auch eine Weltanschauung reinkommt, die andere nicht unbedingt teilen mögen. Wir erlauben uns ja in unserem Curricula in den ersten Bausteinen wirklich das Hauptaugenmerk darauf zu richten, dass die Arbeitsformen langsam eingeführt werden, dass die Leute verstehen, auf welchen Ebenen und in welchen Haltungen wir miteinander kommunizieren. Es ist gar nicht so wichtig, dass die Inhalte so rüberkommen, sondern dass die Leute umgepolt werden, auf interessiert werden, verstehen, sich üben, die Vorgehensweise, die Arbeitsformen kennenlernen und verstehen, mit denen etwas gemeint ist, was wir dauernd Lernkultur nennen. Und die Idee, das hat Qualitäten, die könnt ihr mitnehmen in eurer Organisation oder in euren Beruf als Professionskultur und als Organisationskultur. Und das hat absoluten Vorrang. Früher war es dann öfter mal so, dass dann so ein paar Eilige, die ein anderes Verständnis von Grundlagen hatten und sagten, das ist ja alles schön und gut, die Selbsterfahrung und so Sachen, aber es muss mal ein bisschen Butter bei die Fische, wo bleiben die Konzepte, wo bleiben die Beispiele, die mit einem anderen Verständnis von dem, was gearbeitet werden müsste, drangehen. Wenn ich zum Beispiel für ein Lern- und Entwicklungsprojekt in einer Organisation sage, wir verwenden die erste Zeit, arbeiten wir schon ein bisschen an den Inhalten, aber wir verwenden die meisten Energie drauf, erstmal eine Kultur des Zusammenarbeitens aufzubauen, eine Vertrauenskultur. Dann sagen sie, dafür haben wir keine Zeit, weil wir müssen ja schnell irgendwo ankommen. Dann zeige ich Ihnen dieses Schaubild. Ich sage, wenn Sie jetzt mit einer 90-prozentigen Ergebnisorientierung und ein bisschen so sich aufeinander einstimmend das Nötigste rangehen, dann werden Sie mit zunehmendem Zeitverlauf mit Ihrer Ergebnisorientierung immer weniger hergeben, weil Sie zunehmend unerkannte Kulturprobleme haben, die sich erst hintergründig und zunehmend vordergründig einschleichen und das Ganze ineffektiv machen. Ihr erinnert euch an das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation. Wenn man denkt, man könnte gleich losarbeiten, geht man davon aus, dass es eigentlich funktionieren müsste und dass man deswegen gleich arbeiten kann. Und wir gehen aber nicht davon aus, dass es eigentlich funktioniert, sondern dass am Anfang dann abnehmend die Energie drauf verwenden kann, überhaupt einen gemeinsamen Arbeits- und Erlebnisraum Erlebnisraum zu schaffen, Rollenverständnisse, Verantwortungsverständnisse zu schaffen, an Beispielen das Miteinander einzuspielen, dass man weiß, wie es gemeint ist, dass man akzeptiert, dass man anhand von Beispielen sich voranarbeitet und nicht die großen Masterpläne erarbeitet, die man dann operationalisieren wird. Also ganz viele Dinge, die den Stil, wie man arbeiten kann, erst aufbauen. Ja, und ich sage, und das ist das jungsche Prinzip, wenn Sie mit Kultur nichts am Hut haben werden, wollen über 10 Prozent, dann haben Sie nachher zu 90 Prozent mit Kulturproblemen am Hut. Also wenn Sie das zu früh das ganze Gewicht auf Ergebnisorientierung legen, dann wird am Ende davon vielleicht 10 oder 20 Prozent bleiben. Das ist natürlich eine Metapher, die Zahlen sind völlig willkürlich. Wenn Sie wirklich ergebnisorientiert sein wollen, dann müssen Sie mit Kultur anfangen. Was ich aber auch gelernt habe, ist, was man früher oft gemacht hat, da machen wir erstmal eine Skihüte oder irgend sowas. Das ist nicht richtig, weil dann entstehen Arbeitsebenen und Kulturkomponenten, die nicht der Stil des nachherigen Arbeitens sind. Deswegen ist in dem unteren Schaubild das so gemacht, dass man sagt, 10 Prozent soll wirklich die Art von Arbeit sein, für die diese Kultur dann auch sein soll. Aber nur beispielhaft, um daran die Kultur zu lernen, nicht um gleich Arbeitsergebnisse zu erzielen. Also am typischen Beispielen für das, was wir zu leisten haben, üben wir uns darin ein, wie wir es gemeinsam leisten wollen. Und je mehr sich dann eine gute Kultur zwischen uns einspielt, umso mehr können wir die inhaltliche Arbeit langsam in den Vordergrund und die bewusste Aufmerksamkeit für die Kulturentwicklung in den Hintergrund laufen lassen. Und wenn das so, wie das Schaubild idealistisch ist, auch funktioniert, werden wir dann zum Zeitpunkt T1, gerade weil wir mit Kultur angefangen haben, ein hohes Leistungsergebnis haben. Und ich habe das den Leuten zwar vorher auch schon immer irgendwie gesagt, aber mit dem Schaubild geht es besser. Deswegen empfehle ich euch, das auch zu verwenden. Weil so wenig Ergebnis will eigentlich dann doch keiner haben. Und wenn ihr sich daran erinnert, wie viele Kulturprobleme es im letzten Projekt gab, das so hoffnungsvoll begonnen hat, denkt, da könnte vielleicht was dran sein. Machen Sie mal. Insgesamt ist ja die Idee, dass komplexe Systeme heute nicht mehr durchorganisiert werden können. Der Steuerungsbedarf wäre zu riesig, zu kompliziert. Es ist ausgeschlossen. Es kann eigentlich nur immer wieder an Beispielen eingeübt werden, wie zu steuern wäre, sodass jeder das Fahrgefühl dafür kriegt. Und in einer meist dezentralen und nicht superkoordinierten Interaktion organisieren sich die Leute an diesem Fahrgefühl und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zusammenkommt, ohne dass es irgendjemand richtig zusammenorganisiert, ist relativ groß. Je technisch orientierter ein Prozess ist, umso weniger gilt natürlich dieses Modell. Je mehr kreativ mit Komplexität umgehen, mit den tausend Wechselfällen der verschiedenen Situationen, die kein Mensch planen kann, umzugehen, umso mehr gilt dieses Modell, würde ich mal sagen. Wichtig daran ist, dass Kultur nicht nice to have ist, sondern dass Kultur eigentlich das Medium ist, um Vitalität und Leistungsfähigkeit in einem lebenden Organismus zu erzeugen. Dazu müssen die Leute natürlich Abstand nehmen von der Vorstellung, dass eine Organisation eine große Maschine ist. Und dann wollen sie Kultur bitte sich schnell machen lassen. Da holen wir mal am Sonntag den Robert Leih, der soll es Ihnen sagen. Funktioniert natürlich nicht. Kultur kann nur durch Kultur erzeugt werden, sonst durch nichts. Und Kultur hat man manchmal, das wird manchmal ein bisschen polarisiert, deswegen habe ich da jetzt solche Merksätze, da kommen noch einige von der Sorte, aufgeschrieben. Kultur braucht Ordnung und Rahmen einerseits. Man soll nicht denken, dass die Kulturfuzis sich nicht interessieren sollten für Architektur von Strukturen und Prozessen und Designs. Natürlich sollten sie sich damit beschäftigen, aber sie sollten diese als Rahmen setzen und nicht meinen, damit wäre die Arbeit getan. Und sie sollen sie so setzen, dass die Räume definiert sind, in denen die Menschen, die verstehen, worum es geht, selbst organisiert, kreativ diese ausfüllen können. Und es ist aber auch wichtig, dass die Rahmen gesetzt werden, dass die Leute nicht versuchen, in ihrer Kreativität Parameter zu gestalten, die ihnen gar nicht zur Gestaltung zur Verfügung stehen. Da wird dann oft einseitig entweder in Kontrolle oder in Freiraum geben gemacht. Und Kultur braucht das Zusammenspiel von strategischem Management und strategischer Führung. Diese beiden Begriffe habe ich mit Definitionen belegt, die noch nicht gut angekommen sind. Vielleicht braucht man die auch gar nicht. Ich will nur erklären, was ich damit meine. Management ist für mich in der Theatermetapher gesprochen die Drehbuchkompetenz. Nämlich die Kompetenz, Strukturen und Prozesse aufzusetzen, die mit verfügbaren Ressourcen und das meint einschließlich der Menschen und ihrer Eigenarten, die zur Verfügung stehen, so zu konzipieren, dass es im Prinzip aufführbar ist, dass die Kraft reicht, dass der Zeitrahmen stimmt, dass das Volumen des Geplantes in Ordnung ist, dass die Reihenfolge und Taktung der Prozesse einen Erfolg überhaupt möglich machen. Und das ist Management und das ist hauptsächlich eine Designfähigkeit. Das gilt auch für Beratungsprozesse, für Ähnliches. Und wir machen ja in unseren Curricula unterscheiden wir ja zwischen Designübungen und Beratungsübungen. Und die Designübungen dienen dazu, nicht selbst jemanden zu beraten, sondern selbst so ein Drehbuch zu entwerfen, wie sehe ich das und wie könnte das aussehen, um speziell diese Designerfähigkeit zu schulen. Und unter Führung verstehe ich dann in der Theatermetapher die Regie. Das heißt, die Arbeit mit den Menschen, dass die mitspielen und in ihrer Weise die Rollen füllen, die da vorgesehen sind, dass das Stück zu einem Erfolg wird. Also Führung ist die Kommunikation mit den Menschen idealerweise natürlich bezogen auf ein gutes Drehbuch, das da ist. Regie lässt sich einfach besser machen, wenn ein gutes Drehbuch da ist. Und jetzt haben wir das Problem, dass Kompetenz, diese beiden Kompetenzen oft nicht auf einen Menschen vereint sind. Also entweder das ist ein Chef, ein guter Kommunikator und kann mit Leuten gut umgehen, aber er ist oft ein bisschen einfallslos, was Designs betrifft und Dinge voranbringen und Entwürfe machen oder er ist jemand, der das ganz gut kann, der macht dann ein Meeting, erzählt allen, was er sich vorgestellt hat und denkt dann, die können ein selbst gesteuertes Stück dann aufhören. Er muss da als Regisseur gar nicht tätig sein. Moment, der Mikro. Ich hänge an der letzten Frage, strategisches Management, da hast du gesagt, Drehbuchkompetenz und strategische Führung, Regiekompetenz und wo ist die Intendanz und was hat die Intendanz für Auswirkungen auf Kulturarbeit? Das kriege ich gerade nicht zusammen. Ja, das ist jetzt ein kleineres Schema, da habe ich die einfache Variante. Also erstmal zum Thema Management und Führung genommen, aber natürlich, die Theatermetapher gibt die ganzen anderen Rollen auch her, die habe ich jetzt einfach nicht mit auf den Bildschirm genommen. Also da kann man aber mit der Theatermetapher sehr schön weiterspielen. Dann gibt es ja auch den Dramaturgen im Theater und die haben dann wieder verschiedene Funktionen, gibt es so etwas ähnliches im Management. Habe ich jetzt im Moment einfach, ist in dem Scheinwerfer im Moment nicht drin, außerhalb des Blickwinkels ist aber sehr wichtig. nicht drin, Vielen Dank.